Hey Leutchens, mein Name ist Koji, wir spielen weiter WTL und ich glaube, wir befinden uns auf der Zielgeraden. Mal gucken, was passiert. Oh, was ist mit drück? Öh, kann ich nicht. Oh, was jetzt? Oh, you're a good man. I just wish you'd done it before you worked yourself into the grave. I'm really sorry for you son, it's a hell of a thing. And all you can do now is decide the man you wanna be for the time you have left. Let's go. May the wind be at your back Good fortune touch your hand May the cars lay out a stray All from your command That's the way it is That's the way it is You saved my life You saved my life You're a good man Thank you, fella You know You know there ain't enough kindness in this world, that's for sure Maybe it's a sign, Arthur Try Try to do the good thing Ah, we reiten ins Lager So wird ein Schuh draus. Nicht viel los Achso, muss ich weiter reiten? Dann drücke ich halt nur mal nach vorne Get them bags packed up quick, Miss Grimshaw Come on All of you Well, we're doing our best Hurry We ain't got long Hurry We just got plenty of time, Micah We all need to have a little chat Blacklong, you're back Hooray I just saw Agent Milton Dutch Abigail shot him She's okay Not that you care too much about that You rats All of you Seems old Micah was pretty close with Milton What the hell are you talking about, Capo? You talked That's a goddamn lie Dutch 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 Think of the future Milton told me And you believe him, Blacklong You believe him? It all makes sense now No It damn well doesn't Oh Dutch Think Dutch Be practical now Dutch Was ist das jetzt? Ach, da Ach, da Oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkertons coming, fast. Oh. Now! Who amongst you is with me? And who... is betraying me? Well, over here. Think, think for yourself. He's lying. He's lying! Put your guns down! Goddammit! Move! Are you ready, John? Yeah. Everyone get down! Come, we'll do this here. Put your guns down! Why not? We have to go up! We have to go up! We have to go up! All of you, hold your guns down! Okay. Is he not found? He looks pretty down. Come on! Come on! Go out of the cage! Quick! Come on Arthur! Ow! Someone got a hair! Okay! Come on! Come on in the cage. Hört's kuschelig. Achso, halt, wir sind hinterher. Jaaa! Hetzt mich nicht so, ich bin alt und krank. Er war der Ratschart! Milton sagte mir! Wir sollten ihn schon seit Monaten töten! Bleib an! Halt den Kopf! Du sagst, du letzte Pferd ist ein Scheiße! Bist du gut, Arthur? Ich bin nicht, ja, Mann. Äh, wo lang? Ach, wie lang? Was für die Money? Es ist hier drin! Keine Zeit! Wir müssen zurückkommen! Sie sind direkt auf uns, Arthur! Komm schon! Arthur, du gehst zuerst! Abigale! Abigale! Abigale ist sicher! So ist Jack! Wo sind sie? Wo sind sie? Es ist Sadie, und Copperhead Landen. Dankeschön. Abigale! Ich will, du nicht zurückkehren! Wie gesagt! Reiten sie uns nach? Ach nein, sie schießen auf uns! Ich dachte, sie mögen uns jetzt! Arthur, we gotta go! Come on! Ride! Pinkerton's in the trees ahead! Look out! Ja, ich komm doch schon! Was? Komm! Was? Boah, halt mir lang! Krass, der reinigt freihändig! Was? Arthur! Now, keep Dutch busy! Drather! They're taking it everywhere! We gotta move! Right, Arthur, run! Get all the way down the area! We gotta move! Whoa! 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 Wer schießt jetzt auf die O? Danke. Arthur! Komm, Arthur! Komm, Arthur. Komm, Arthur. Aber was mit dem Geld? Abigail gab mir die Schlüssel. Ich gehe nach unten, ich bin tot in fünf Minuten. Ich habe eine Familie. Das ist mehr wichtig. Vielleicht bist du richtig, aber... Du willst Geld? Du gehst nach unten. Ich gehe nach meiner Familie. Äh... Wir helfen schon. Ach, Franz. Nein, lass mich zurück. Ah, das Wind, wenn wir hochkommen, dann müssen wir auch irgendwann wieder runter, oder? Nein, ja, nur. Komm hoch, ja. Okay. Woher knie ich denn? Ich habe hier wunderbar wieder im Verstecken gemacht. Ja, ich folge doch schon. Loser. Also, Arthur, komm, zusammen. Dieses Ostern nicht möglich. Nein, ich glaube, ich habe alles geholfen. Komm schon. Wir haben nicht Zeit für das, nicht jetzt. Wir werden beide nicht machen. Los geht's. Jetzt. Ich werde sie aufstehen. Das würde mich sehr interessieren. Bitte. Es gibt keine Zeit mehr für die Gespräche. Geh. Arthur. Geh zu deinem Familie. Arthur! Geh weg hier und sein Mann. Du bist ein verdammter Mann. Du bist mein Bruder. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Gott, geh, du Bastard! Wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Sind sie so klein? Oh! Oh ja, er fehlt noch. Ich habe dich jetzt, Black Lung. Du bist richtig. Du bist richtig. Ich bin ein Survivor, Black Lung. Ein Survivor. Das ist alles. Du bist ja. Du bist ja. Typen, ich bin kein Hak. Wir müssen ja mal aufmerzen. Oh! Ouch! Nicht früh gehen. Ich kann das nicht! Du- 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 Aber schön, dass uns die anderen lange in Ruhe lassen und uns die Zeit geben, uns zu verprügeln. Autsch. Achtung drauf. Achtung drauf. Wauw! Du wunderschön! Machen! Achtung drauf. Achtung drauf. Komm, Marita. Oh, halt nicht so lange, kommt's Rücken. Ja. Warum das jetzt? Ich dachte, ich schub's nur runter. Oh, was war denn das jetzt von? Zack. Oh, weit weg. Oh, ist so spannend. Schaffen wir es oder schafft er es? So viele Waffen haben wir. Komm, 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 du hast gleich. Komm. Oh, wer ist das jetzt? Es ist vorbei, jetzt. Was? Es ist vorbei. Oh, Dutch. Er ist ein Ratsch. Du kennst ihn, und ich kennst ihn. Er ist krank. Er ist sterben. Er ist... Ich habe dir alles, was ich hatte. Ich habe es. Ah. Ah. Komm, Dutch. Let's go buddy we made it we wanted come on John made it he's the only one Rest of us I tried in the end I'll be it Come on let's go we can make it Come on Dutch come on May I stand unshaken Amidst amidst the threshold world May I stand unshaken Amidst amidst the threshold world May I stand unshaken Amidst amidst the threshold world May I stand unshaken Amidst amidst the threshold world May I stand unshaken Amidst amidst the threshold world May I stand unshaken Amidst amidst the threshold world May I stand unshaken Amidst amidst the threshold world Hmm Wir haben diesen Problem auf uns selbst gebracht. Wir haben, wir sagen, ich. Ich bin, ich, der ihn schluchte. Sieht, er hat er gewusst. Ich bin sicher, aber ich habe gedacht, es ist nicht Zeit, dass du den Mann zu machen, die Entscheidungen zu machen? Ich versuche. Du bist? Ich denke, so. Ich muss einen Ort finden, um sich zu lassen. Vielleicht ist das richtig. Vielleicht sollten wir einfach nach Tahiti gehen. Ist das alles mit dir? Tahiti oder Killing? Komm schon, John! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wir müssen irgendwo leben, für mehr als nur ein paar Stunden. Okay. Mal schauen, was wir finden in... in Strawberry. Was wissen Sie über Strawberry? Ich weiß, dass sie gut, ehrlich sind, arbeitenden Menschen, viel mehr als Angst, so machen Sie sich gut und ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Vielleicht nicht immer gut, aber ich bin immer ehrlich. mein gesamtes Leben habe ich mich überrascht von Fohlen mit Moral-Code. Hier ist das Moral-Code. Schau dir auf die Leute! Stopp, zu tun, wie ein Heroin in einem Buch! Was wissen Sie über die Heroin in den Büchern? Meine Rechnung wird ziemlich gut. Dann werden wir verschiedene Bücher dann. Die Bücher sind Jacks. Und... Und... Vielleicht... Vielleicht macht er die meisten Okay. Wir schauen noch mal ganz kurz nach, wo wir so die letzte Mission abgeschlossen haben. Papapapapapapapapala. So. Ich glaube das wird das ein Adler. Das hat man gemacht. Danach kam das hier. 11 Minuten Genauigkeit wieder und Gesundheit 7 Stück 1 Minute von Leuchter um ins Häuschen zu kommen 70% und Gesundheit Ich habe mich noch nicht geheilt Na gut Ich bedanke mich erstmal für das Zuschauen Ich glaube es geht noch hier ein bisschen weiter Bin mal gespannt wie es weiter geht Ich bedanke mich bei euch für das Zuschauen Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen Wenn ja, dürft ihr es gerne zeigen Ihr es kommentiert, abonniert und bald wieder einscheidet In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Kochi Nein, Chris Bye